Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 9. Wir haben am letzten Mal das Gebiet hier betreten. Das ist ein Turm oder was auch immer es ist. Und diesen Priester. Habt ihr das Fragen? Der mit merkwürdigen Antworten, die da herkommt. Wie es Priester immer so gerne tun. Ich wollte mich hier ein bisschen umsehen, aber hier scheint... Ah doch, noch mal extra rum. Das sind sogar Leute. Wow. Kleiner, der Priester ist... Ein echter Schnuckel, oder? Äh, nein. Immer wenn ich auch nur einen Mucks mache, schimpf mich der Priester sofort. Ja, der ist dumm. Ganz verstanden. So, was ist mit dir? Ach, wenn es hier doch nur ein bisschen wärmer wäre. Stell ich mal ans Feier. So. Wunkelt das, äh... Stimmen vom Pfade... Ne, vom Pfade, der sehe ich manchmal zum Priester sprechen würden. Aha. Können wir hier bei dir einkaufen? Ein Schildküttchen? Kaufen. Kaufen. Oh. Oh, wir können sogar noch... Oh, Mann. Krass. Ah, wir sollten einkaufen. Zumindest für die, die wir dabei haben. Äh, 45? Warum ist das, macht er nur so wenig Schaden? Ich verstehe das nicht. Hm. Sie haben wir gerade nicht dabei. Okay, wir kaufen. Äh, wir kaufen was Gutes. Das hier. Äh, zwar nicht mehr die stylische Waffe, aber... Oh, ja. So. Wen haben wir noch dabei? Dich haben wir noch dabei. Ja. Ich nicht. Dich haben wir dabei. Du kriegst dann mal die Waffe. Und Vivi kriegt das Ding. Und dich nehmen wir irgendwann bestimmt auch nochmal. Wir haben ja deswegen... ...Morgenstern. Nehmen wir das auch nochmal mit. Für später. Willkommen mal. Ich weiß nicht, wann wir für dich mal neue Waffen in uns kriegen. So, was haben wir hier? Keins Armreif. Uh, das können wir sogar kaufen. Radereif. Wow, geht runter auf Null. Was ist das denn für ein Schrottding? Warum? Können wir das jetzt kaufen? Okay. Was kann das Ding? Können wir was schmieden damit? Ich weiß es nicht. Fäustlinge. Die wäre ganz interessant. Kapuze. Möchte ich den großartig noch was kaufen? High Potions. Die möchte ich definitiv kaufen. So. Phönix, wie dann? Sechzehnten. Ich kaufe nur nur zehn. So, davon mit zehn. Können wir nochmal wieder zwei verkaufen? Zelte. Ja. Auch wenn ich ihn nicht ganz so oft benutze. So, jetzt möchte ich aber wirklich nochmal ein bisschen hier kaufen. Das hier können wir zweimal nehmen. So, Fäustlinge. Okay, dann können wir einmal lachen. Kapuze. Nehmen wir der hier die besseren Werte. Dieser Vergleich. Obwohl der hier teurer ist. Hat er irgendwelche geilen Fähigkeiten oder so? Ich weiß es nicht. Machen wir einfach mal so. Können wir mal noch gucken. So, Kraftkittel. Ich glaube, zweimal. Boah, wir haben so viel Geld gehabt und jetzt ist es schon wieder im Zweck. Naja, gut. Jetzt sind wir jetzt wieder ausgerüstet. Fällt dein Kompetenz wohl wieder? So, anlegen. Du hast ein neues Messerchen abgehört. Boah, schön. Hat aber weniger Sinnwanderung und Schüsse da. Naja, gut. Weniger Fähigkeiten, dafür mehr Damage. Das ist auch ganz gut. So, mach die Kapuze. Rückkippchen. Gewand hat in Stärke sinkt. Ein bisschen. Das lasse ich einfach so. So, keins am Reif. Wille, Abwehr, Reflex. Ah, die Z-Reflex aber auf 0 runter geht. Warum das denn? Das gefällt mir nicht so. Na, für deine. Nein, danke. Das ist mir zuerst dann. So, Kraftkippe. Wollen wir schauen. So. Hier was Geohles haben. Nicht so ganz. Naja, gut. Erwesen, das ist auch schon mal ein Anfang. Folger, Eisger und Blitzger. Oh, schön. Das ist noch ein bisschen stärkere Fähigkeiten. Nö. Oder? Gewand hat einen runter. Stärke einen runter. Dafür gibt es Abwehrpro. Doch eigentlich schon. Er hat sogar noch ein bisschen für das Hotel. Keine Ahnung. Adrenalin und Tod. Stärke wohnen als Bodyguard. Sekundär. Na doch, nehmen wir das mal. Kein's armreif. Ja. Das haben wir ja bei ihm schon. Hat zwar gute Werte, aber halt. Z-Reflex ist so übelts runter. Aber das ist schon nicht ganz so geil, muss ich sagen. So, Kraftkette. Stärke geht hoch. Zauber geht runter. Z-Reflex ist natürlich noch weiter runter. Ich weiß aber auch nicht genau, was Z-Reflex macht. Aber dafür steigt dann Reflex und Z-Reflex. Immer Reflex ist Ausweichen. Das reicht aber eigentlich nicht mehr aus. Hat aber dann ein bisschen mehr Verteidigung. Das ist eh schon so weit unten. Auto-Portion hat das Ding. Auto-Portion habe ich durch das Ding auch schon. Lassen wir jetzt mal so. Ah, jetzt ist der Freier übergangen. Naja. Zauberstab. So, du hast auch was Neues, hab ich dir nehmen. Zauber geht ein bisschen runter. Dafür der Angriff vor. Na gut. Wir nehmen das einfach mal. Ich hab kurz... Dann ist gleich ein Problem. Ah, nehm ich das jetzt mit. Abführen, Z-Reflex wäre schon geil, ne? Na komm, mach mal. Keins am Ralf. Jetzt hat der Flex, weil ihr eh relativ niedrig, muss ich sagen. Da finden wir dann die Abwehr. Na komm. Hier haben wir Stärke. Dafür geht Fülle und Abwehr. Geht auch nochmal hoch. Das sind wir ebenfalls. Was cool ist hier oben. Das hier ist cool. So, Edelperne. Lab Anti-Reflex. Aha. Unbeschrei. Nehm ich doch mal. Warum nicht? So, jetzt können wir nochmal auf Freier wechseln. Ja, noch ein bisschen besser. Stärke und Ab. Ist das schon mal doof. Oder Restzeit. Kann ich mal so schlecht. Stärke Bonus ist... hat sie aber nicht aktiv. Hat sie, aber nicht aktiv. Das hier nehmen wir auch. Stahlrüstung. Nur nicht die Goldrüstung. Nö. Perfekt ring. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas cooleres habe. Einfach so. So, dann werden wir nochmal... Perfektierenschutz. Okay. Auto-Portion. Ja, warum nicht? Ah, der ist okay. So. Nur immer viel. Ach, was so. Nichts. Alles klar. So, nichts hier dann. Freier, oder? Genau. Das ist sechs Punkte. Das ist doch einfach so schön. Immer Reflect. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Kampf immer Reflect. Dösen. Treffer-Polizier. Das wird gesenkt. Stärke Bonus. Verbraucht eigene MP. Ah, ist auch mal ziemlich geil, ne? Aber MP... Weil für den Bosskampf mal so... Wo wir nicht weiterkommen. Fügt im Mund. Immensen Schaden zu. Okay. Er teilt Zustandsveränderungen. Falswisse. Okay. Ability ab. Schleud an. Eignung von Abilities. Götterspeise. Verhindert Steingips. Aha. Verhindert Stopp. Füllen wir das. Und dann haben wir auch was für zwei Punkte gehabt. Mehr Exorzismus. So, Freya. Wie sieht es bei dir aus? Seien nicht gar keine Punkte frei. Aber die hatte ich doch gerade, ne? Indie wollte ich noch. Äh, Linda. Regeneriert die HP eines Zielabjacks. Das war ziemlich dumm. Außer wenn sie halt nicht angreift, aber... Wenn sie angreift, dann... Neutralisiert Refleck. Und ermöglicht die Ausführung vom Zaubern. Fender Frost sind gut. Fender Schweigen. Ich nehme das mal mit den Anti-Refleck. Ja. So. Das hat geallt. Sehr gut. Wir sind wieder ausgerüstet. Haben zwar wieder alle unser Geld verloren, aber... Wir treffen uns hier manchmal heimlich. Bist du was von? Lisa? Okay. Ist er auch hier um die Insel? Ist nichts zu sehen? Insel ist nichts. Ich bin nur dein Fing hier auf der Durchreise. Achso. Kann ich das andere auch nochmal nachmachen? Bist du denn böse auf uns? Hi, Pimpf. Du stehst. Ah, das ist aber süß. Ich heiße über den Ziesa. Warte, wir sind verfechtlich hier mit dem... ...Gatz. So. Sag mal, Lisa. Wollen wir uns nicht zusammen die Insel das Licht anschauen? Ja, wenn ich keine... Das schaffe einer dran Prügel oder was? Jetzt wollen sie das bestimmt nicht ganz so gerne, weißt du? Na, schau, das ist ein Landkampf jetzt, so Sacke. Was für ein Bleidum, ne? Ich habe gewusst. Ich habe gesagt, wir haben keine Krille los. Ja, da kommen wir her. Willkommen bei Estogava. Die Sterne sind der Ursprung allen Lebens. Die Sterne schenken uns das Leben. Wir leben in einem kleinen Stern. Oh Gott. Hier an diesem einzig wahren Heiligenort könnt ihr den Pfad der Seelen anbieten, der sich auf der Insel des Lichts befinden soll. Aus aller Herren länder erscharen sich die Pilger, um den Pfad der Seelen zu rügelen. Ja, ich rede zu viel. Sollte die Schwarzmagier hier vorbeikommen sind, wimmelt er es hier nur so von Monstern. Deswegen trauen sich hier in letzter Zeit kaum noch Bilder her. Dafür ist ja aber ganz schön viel los. Wenn ihr erschöpft seid, dann könnt ihr hier eigentlich übernachten. Ja, warum nicht? So. Jetzt sind wir auf jeden Fall ready für alles. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, aber... Die 100, die schaden wir jetzt auch nicht. So. Dann gehen wir doch mal weiter. Oh, wir können speichern. Hm, haben wir gar nichts. Hm, soll die Insel uns was sagen? Wahrscheinlich ja. Kriegen wir hier. Wir möchten das Mognet gucken. Heute machen wir nämlich einen anonymen Brief. Da ich mich etwas fürchte, lassen wir uns bitte zusammen in diesem Gruppen. Okay. Von Mockery Million an Marissa. Marissa, was für eine Katastrophe. Ich habe zu viel davon verbraucht. Wovon? Jetzt ist kein Zimmer übrig. Hast du noch welches in Reserve? Oh nein, was mache ich denn jetzt? Aber Mockery Million, äh, Mockery Million, ich sage doch, Fütter ist nicht zu viel gefüllt. Ähm, habt ihr Blätter Papier zu viel benutzt, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. So. Einzige, wo wir weiter können. Ich denke, hier werden auch wieder Gegner kommen. Definitiv. Ist aber gar nichts. Und... Vulkan-Kuruk. Aha. Ging schneller als ich dachte. Ist einfach Häuser reingebaut. Krass. Wer macht denn sowas? Habe ich irgendwas, was ich jetzt sammeln kann? Hier ist auf jeden Fall was. Anschlag. Damit der Brunnen benutzt werden kann, muss erst der Schalter nach unten gelegt werden. Also mal wieder irgendwas benutzen. Ne, jetzt ist der Leiter. Da geht's raus. Ich werde vorhin nicht viel verpasst haben. So. Rein. Anlauten bitte. Sackgasse. Super. Brotkäppchen rein. Was ist das denn? Ähm. Ähm. Anlauten, ja. Brotkäppchen. Ich kann mir vorstellen, du. Nö. Dann halt. Gidi. Vielleicht für den Kopf? Achso. Was ist das? Ah, haben wir es schon. Hätte ich mir gar nicht kaufen brauchen. Wenn ich es rum will. Ah, ich sollte nicht mal alles kaufen. Hab ich irgendwie das Gefühl. Okay, hier geht es dann nicht weiter. Ich dachte, wir werden jetzt so einen kleinen Durchgang. Naja. Wir sind auf jeden Fall gut ausgerüstet. Das passt schon so. Hat noch eine ganz schöne Durststrecke mittendrin. Ah, hier sind doch Geister und Tote. Ja, guck mal. Wahrscheinlich Geister. Aha. Oh. Bibis Waffe sieht ganz cool aus, muss ich sagen. Wow. Eisgarn. Was haben wir jetzt hier auf? Alter, Schräger. Jetzt haben wir es aufgefüllt. Das beruhigt mich schon ungemein. Alter, der Schaden. Wieso ist Lili denn jetzt tot? Wodurch ist sie jetzt gestorben? Alter. Alter. Oh man. Was hat er getötetet? Bibis Kerze. Oh nein. Das Zeug? Oder was? Er ist eingefroren? Wieso ist er jetzt eingefroren? Obwohl das Urteil. Okay. Das ist jeder tot. Oh man. Das ist immun? Okay. Okay. Okay, jetzt ziehe ich das tot. Oh my, da ist ja Kraft Lili gerade abgesehen. Sprung. Gut, einer ist schon mal down. So, Lili, du musst meinen Alten benutzen. Nein! Ach, wie soll die denn noch gehen? Ach, Mann, oh. Wieso geht er nicht automatisch auf Lili mit einer Phönix-Feder? Das ist die einzige, die tot ist. Oh, Mann. Was für ein Müll. Aber jetzt hat er es nicht verbraucht, jetzt. Ah, jetzt hat Lili wieder kein EP-Gerecht. So. Oh, Mann. Was sie doch einfach One-Hit ist, ist schon der Hammer. So. Kannst du dich eigentlich selbst wiederbeleben? Nö, weil sie tot ist. Aber dann, ähm... Ah, der Film ist wieder... Ah, dich. So. So, jetzt muss ich euch noch. So, haben wir was gefunden und nochmal... ... eine Info erhalten. Warte mal, kann man hier was sammeln. Äh... Sammeln ein Loch. In der Decke. Gut. Klar, den richtigen Weg schon mal zuerst genommen. Was war das? Hm. Okay. Vielleicht unser nächster Gegner? Keine Ahnung. Ich kann den Weg schon mal zuerst benutzen. Ich kann den Wun benutzen. Oder hier weitergehen. Ah, ich weiß nicht, wo es lang geht. Okay, wir können ihn mal angucken. Das ist merkwürdig. Oh, nicht schon wieder diese Wand-It-One-Nei. Ich hasse den. Ich hasse auch gar nicht. So. Was macht da aber einen Schaden, ey? Hammer! Voll gern! Hau mal da drauf! So, wie viel Schaden macht das? Oh, 2000. Ist gar nicht mehr so wenig. Okay. So. Du brauchst aber ne Menge... ne ganze Menge MP. Okay, ich kann sich mal wieder nicht konzentrieren. Ach, Lili, du bist echt unwitzig. Oh, 1-Hit. Schön. Ähm... Kann ich sterben? Okay. Das wundert mich. Doch, jetzt haben wir den Dinges raus. Ah, ich verstehe. Affektion. Okay, da ist da oben. Er macht nichts mehr. Sehr nice. So, wo kommen wir jetzt denn noch hin? Hi. Haben wir was für dich? Und, was? Ich zeig bekomme ich überhaupt keine Briefe mehr, Coco. Moran. Ja, tut mir leid. Ich kann dir auch nicht helfen. Dunkelschweif. Was ist das denn? Anlegen. Dunkelschweif. Wahrscheinlich ein Leiter. Wahrscheinlich ein Leiter. Nö. Was ist das? Ich hab keine Ahnung. Äh... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ist das ein Dunkelschweif? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Wir lassen's einfach. So. Oh, wow. Dakenkampf. Oh, Mann, oh, Mann. Na gut, machen wir den nochmal schnell. Was war... Was zum... Ne... Ohne Schlangenköpfe, sondern mit... Anderem Krams. Äh, Lili. Ja, greift mal an. Ich zieh dann auch. Lili darf gerade nichts mehr machen. Ja. Die Waffe sieht ja schon ein bisschen stylischer aus jetzt, ne? Aber... Irgendwie... Hero-Booster. Wow. Gar nicht nur so wenig. Den Stab find ich jetzt echt cool. Optisch. Das Ding hält einfach nicht so. Ich grüße die Gegner als zu weniger Handy aus. Kann das sein? Ist irgendwie merkwürdig. Naja. Beschrei. Nicht. Und ein bisschen Geld. Schön. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss für heute. Und... Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Vielen Dank.